Hallo meine lieben Kunden, Freunde und Negromis. Das Jahr 2012 geht dem Ende entgegen. Und ich möchte heute einfach mal Danke sagen für die tolle Unterstützung von euch im Jahr 2012. Es war ein tolles Jahr, es hat total viel Spaß gemacht und es ist mir einfach wichtig, jetzt mal Danke zu sagen und ich hoffe, wir können im neuen Jahr so weitermachen. Darum wünschen wir euch ein erfolgreiches, gutes und vor allem gesundes Jahr 2013. Und a Happy New Year!